Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unser Thema für heute, Meta, also Facebook, launcht einen Digital Fashion Marketplace. Digitale Avatare sind ja ein großes Thema im Metaverse. Egal ob auf Fortnite, Roblox oder als SportApe, wir suchen zunehmend nach einer digitalen Identität, mit der wir uns identifizieren können. Und damit wir eben auch im Metaverse richtig stylisch rumlaufen können, glauben viele Unternehmen, dass Digital Fashion ein Milliardenmarkt wird. Und Meta hat jetzt eben seinen Digital Fashion Marketplace angekündigt, auf dem man seine Avatare mit Digital Fashion Items von Brands wie Prada oder Balenciaga einkleiden kann. Kurz zur Erinnerung, seit Februar kann man auf Instagram eben seinen eigenen Avatar erstellen. Das könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie die Memojis bei Apple oder auch die Bitmoji bei Snapchat. Und zwar ist es ein bisschen versteckt bei Instagram. Man geht auf Einstellungen, auf Konto und kann dann seinen Avatar zusammenstellen. Und da kann man ziemlich viel customisen, also die Hautfarbe, die Haarfarbe, die Frisur, ob man eine Brille trägt, ob man Schmuck trägt, ob man Make-up trägt und natürlich auch digitale Fashion. Ich glaube, die sind bislang noch nicht so wirklich abgehoben. Wie gesagt, die gibt es schon seit Februar und ich habe die ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gesehen. Mir ist auch noch nicht so ganz klar, wo man die einsetzen kann. Ich habe mir mal meinen zusammengebaut, aber ich weiß auch noch nicht genau, wo ich die jetzt eigentlich benutzen kann. Ich denke, die werden innerhalb des Meta-Ökosystems natürlich einsetzbar sein. Also wahrscheinlich Instagram, Facebook und WhatsApp. Aber noch habe ich ehrlich gesagt niemanden gesehen, der die auch benutzt. Aber dass Avatare an sich ein großes Thema sein werden, das ist relativ klar. Die Frage ist eben nur, ob sich die von Meta jetzt eben durchsetzen werden und vor allem, ob man die dann eben auch Cross-Plattformen benutzen kann. Also theoretisch auch mit dem Meta-Avatar jetzt in Roblox und Fortnite rumrennen kann. Oder ob man dann einfach innerhalb des Meta-Ökosystems damit gefangen ist. Aber hören wir doch einfach mal rein, was Mark Zuckerberg selbst dazu sagt. Und zwar wurde das Ganze letzte Woche angekündigt auf Instagram. Und was ihr gleich hört, ist ein Auszug aus dem Gespräch von Mark Zuckerberg mit Eva Chen. Und Eva Chen ist der VP of Fashion Partnerships bei Instagram. We're announcing that we're building an avatar store and launching this. And basically it's a clothing store for your Meta-Avatar. We already have a bunch of different pre-clothing and we'll keep on working with a bunch of great designers to make it so that people who want to just style their avatar with different kinds of styles will be able to do that without having to pay. But we also want to create this marketplace. And that's what we're announcing today. So that way, you know, all different kinds of creators over time are going to be able to participate and design clothing and sell it. And, you know, the reason why I'm excited about this overall is just, you know, what we do is it's all about people expressing themselves and connecting. And a huge part of how people express themselves is through what they wear and fashion. And, you know, so getting that right in the Metaverse and with your avatar across the different apps that you use, including Instagram and, you know, Facebook and WhatsApp and Messenger. I mean, that's really important. So I'm really excited and grateful that the first three brands that are joining us are iconic fashion brands. We're going to go through some of their stuff today, but it's Balenciaga, Prada, and Tom Brown. And so anyway, yeah, I'm really excited to do this. So this is a big step forward for Avatars, for Meta and, you know, hopefully we'll be able to do a lot more from here. Also Mark Zuckerberg vertritt eben die These, dass wir uns mit digitalen Avataren durchs Metaverse bewegen werden, was aus meiner Sicht auch total viel Sinn macht. Und wir wollen dabei natürlich eben auch ein bisschen hervorstechen. Wir wollen natürlich jetzt nicht den Standard-Avatar benutzen, den man jetzt meinetwegen zugeteilt bekommt in Roblox oder auf Discord und so weiter, sondern wir wollen natürlich auch auffallen und dass hier auch Leute an uns erinnern können. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb es Leute gibt, die viel Geld für NFTs wie Bored Apes oder eben auch Clone X ausgeben. Wenn wir mal reinhören, was Mark Zuckerberg da so sagt, dann habe ich hier das Wort NFT nicht gehört. Also ich gehe davon aus, dass es eben keine NFTs sind. Das heißt, die sind jetzt nicht wirklich limitiert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, limitierte Items zu schaffen ohne NFTs. Nur, dass man das Ganze natürlich dann nicht nachvollziehen kann und die Dinge auch nicht wirklich handelbar sind. Das heißt, Mark Zuckerberg spricht zwar von einem Digital Fashion Marketplace, aber ich glaube, es wird eben nicht ein Marketplace sein wie OpenSea, wo eben die Creator was verkaufen und dann die Kunden das eben weiterverkaufen können. Sondern für mich hört es sich eben so an, dass dann eben eine Marke wie Prada dann sagen kann, hey, wir verkaufen jetzt ein Item für einen Betrag X. Die User können es eben kaufen. Aber ich glaube, es wird eben nicht dieses Web3- und NFT-Konzept sein, dass dieses Item wirklich dir selbst gehört, weil dazu bräuchte man ja den Eintrag auf der Blockchain, also NFTs, sondern man kauft sich quasi das Nutzungsrecht für diese digitale Fashion, aber man kann es eben nicht wirklich weiterverkaufen. Das heißt, das Ganze erinnert eigentlich eher an den Ansatz, wie wir ihn schon seit langem kennen, bei Plattformen wie Roblox oder Fortnite. Daran ist ja an sich jetzt auch nichts verkehrt. Damit verdienen die ja auch viel Geld. Aber es hat eben erstmal relativ wenig mit Web3, NFTs und wirklich ja Decentralization zu tun. Er spricht ja auch von den Plattformen, wo man das Ganze nutzen kann. Er erwähnt eben Facebook und Instagram und WhatsApp. Aber er sagt eben nicht, dass das Ganze portable sein wird, was ja auch wiederum gegen das Metaverse spricht. Also offenbar haben die jetzt nicht unbedingt vor, das Ganze kompatibel zu machen mit Roblox oder Sandbox oder eben auch Fortnite. Also wie gesagt, das Ganze ist dann meinetwegen Metaverse, aber hat eben mit Web3 jetzt nichts zu tun. Hören wir mal rein, was Mark Zuckerberg sonst noch so zu sagen hat. I think we just wanted to start off with some of the best of the best designers, right? And I mean, you know, we were talking about before we started the live, how, you know, it's like Demna can sell, you know, he designs anything that they're doing. It's like they'll just sell out. And it's, you know, so if they, you know, they're doing a moto suit, it's like I'm sure a ton of people are going to want that. But, you know, it's, and to be able to kind of see the fashion work that we're doing in the Metaverse with that kind of high quality stuff is just, it's really cool, right? And I'm really grateful for the partnership. But yeah, over time, I think a lot of the dream here is to make it so that, so that this is accessible to anyone, right? If you want to design fashion today, you know, part of what you have to do is you need the physical materials and you need the equipment to be able to do it. But in the future, you know, anyone who basically has a computer and, you know, and an imagination is going to be able to come up with ideas for this. And I think that's going to be really neat and a fun thing to check out too. Also, Mark Zuckerberg sagt, dass sie mit den großen Brands anfangen, was natürlich auch total viel Sinn macht, weil die natürlich die Expertise haben, digitale Fashion zu designen und weil es natürlich auch PR-seitig gut funktioniert. Aber mittel- und langfristig soll das Ganze natürlich auch ein Tool für die Creative Economy werden. Jeder soll in der Lage sein, dann eben auch Güter zu erstellen, also Digital Fashion und auch auf dem Marketplace zu verkaufen. Und wenn das so kommt, dann wäre das natürlich in der Theorie ein Win-Win. Das heißt, es gibt jetzt eben Creator, die vielleicht Fashion-Designer werden wollen, aber vielleicht keine physische Fashion verkaufen können oder wollen und stattdessen eben Digital Fashion machen. Und wenn man da natürlich hohe Stückzahlen davon verkaufen kann, dann kann es natürlich mega profitabel sein, weil man natürlich nur Fixkosten hat. Man hat das Ganze einmal design und wenn man dann bestimmte Fashion-Items oder Skins dann irgendwie tausendfach verkauft, dann hat man da natürlich erstmal eine ziemlich attraktive Marge. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Facebook möchte natürlich auch mitverdienen und man weiß eben noch nicht ganz genau, wie hoch deren Anteil eben sein wird an den Umsätzen auf diesem Digital Fashion Marketplace. Aber da sind ja schon Zahlen zirkuliert, dass Meta dann bis zu 50% von den Virtual Asset Sales auf seinen Marketplaces eben nehmen möchte. Und wenn man das mal vergleicht, dann nehmen ja der App Store und der Google Play Store um die 30%. Das ist ja ehrlich gesagt auch schon ziemlich hoch und Facebook will da noch einen oben draufsetzen und bis zu 50% nehmen innerhalb ihrer eigenen Plattform. Und dann wird das Ganze natürlich ziemlich unattraktiv. Zumal die Items, die jetzt eben verkauft werden von Balenciaga und Prada, aus meiner Sicht eigentlich viel zu günstig sind. Und zwar wurde noch kein genaues Pricing announced, aber die sagen halt, dass die Preise irgendwo zwischen 2,99 Dollar und 8,99 Dollar liegen werden. Nehmen wir mal an, das wäre so der Preislevel, der sich auch in Zukunft etablieren wird. Also meinetwegen 10 Dollar. Und Facebook nimmt dann immer die Hälfte davon. Dann bleibt ja für den Creator nicht so wahnsinnig viel übrig. Man muss natürlich dann schon ziemlich große Stückzahlen verkaufen, damit das Ganze mega profitabel wird. Und dann stellt sich für mich natürlich auch die Frage, selbst wenn Leute jetzt Geld für ihre Avatare ausgeben, wie oft wechseln die dann wirklich ihre Outfits? Also kaufen die sich dann einmal so ein Prada-Outfit für 5 Dollar oder 10 Dollar und das war's dann? Oder kaufen die sich sowas dann eben, weiß nicht, jeden Monat, weil sie dann eben jeden Monat anders aussehen wollen? Das heißt, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber letztendlich sehen wir ja, dass der Markt für digitale Items, zumindest in der Gaming-Welt, riesig ist. Also wir wissen ja einfach, dass der Markt für kosmetische Items in Fortnite und Roblox und allen anderen Games einfach ein zig Milliarden Dollar Markt ist. Von der, glaube ich, ist es klar, dass es ein großer Markt ist. Die Frage ist eben nur, inwiefern sich das dann eben auch auf Avatare übertragen lässt, die eben außerhalb vom Gaming-Kontext genutzt werden. Und da könnte es natürlich beide Szenarien geben. Entweder die Leute geben viel mehr Geld aus, weil jetzt eben Leute sagen, hey, ich will mir irgendwie super teure Items kaufen, um bei der virtuellen Fashion Show, bei meinem virtuellen Event, im Zoom-Call, mega cool auszusehen. Oder die Leute sagen, naja, ganz ehrlich, in Online-Games verbringe ich ja viel mehr Zeit als außerhalb. Und von daher ist meine Zahlungsbegratung eben auch nicht so hoch. Und vorhin habe ich ja schon gesagt, dass Facebook beziehungsweise Meta hier offenbar eher dem Ansatz von Roblox und Fortnite dann eben folgt. Und das sieht man dann eben auch im Pricing. Denn im Roblox-Avatar-Shop kann ich mir ja auch heute schon Gucci-Taschen kaufen für 5 bis 10 Dollar. Das ist also dort so der Preislevel. Und auch als Balenciaga Skins gelauncht hat, innerhalb von Fortnite, haben die in Anführungszeichen auch nur um die 20 Euro gekostet. Also das Ganze hat dann eben 2700 V-Bucks gekostet. V-Bucks ist ja die In-Game-Currency bei Fortnite. Bei Roblox heißen die ja Robux. Das heißt, man kauft die In-Game-Currency eben mit richtigem Geld, also mit Euro und Dollar. Wenn man das Ganze dann eben umrechnet, dann sind es eben Preise von 5 bis 20 Dollar. Und ich bin ehrlich gesagt erstaunt, warum gerade solche Luxus-Brands wie Gucci und Balenciaga da eben wirklich so niedrige Preise ansetzen, weil dann die Begehrlichkeit aus meiner Sicht jetzt ja nicht so hoch ist. Denn eine 5 Dollar virtuelle Gucci-Tasche ist natürlich nicht so wirklich Luxus. Und im Kontext der Create-Economy wird es natürlich super spannend sein zu sehen, wie profitabel das Ganze eben wirklich ist, solche Items für den Facebook- oder Meta-Avatar-Store eben zu designen. Aber jetzt klinge ich ein bisschen kritisch, aber insgesamt sieht man natürlich, dass Digital Fashion halt ein Riesenmarkt ist. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr da eben Skills habt, wenn ihr da vielleicht auch jetzt erst einsteigen wollt, dann wisst ihr eben ganz genau, okay, Avatars werden ein großes Ding sein. Und es gibt eben verschiedene Stores für Avatar-Fashion auf Roblox, auf Fortnite, bald eben auch auf Meta. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein super wachsender Markt. Und die Frage ist natürlich nur, auf welchen Preislevel sich das Ganze durchsetzen wird. Also, wie gesagt, Meta scheint hier dem Playbook von Roblox und Fortnite zu folgen, das sich einerseits ja bewertet hat, auf der anderen Seite jetzt nicht der ganz große Wurf, jetzt vom Metaverse zu sprechen und in 2022 jetzt im Prinzip ein Geschäftsmodell zu launchen, was die anderen eben schon seit 5 bis 10 Jahren haben. Was ich jetzt natürlich total spannend finde, ist das Ganze eben mit diesem NFT-Ansatz zu vergleichen. Wir wissen ja, die These hinter NFTs ist unter anderem, dass wir uns im Metaverse bewegen und deshalb eben coole Avatare und coole Digital Fashion haben wollen. NFTs, die sind natürlich unik und deshalb gab es ja bis vor dem NFT-Crash eben Leute, die mehrere hunderttausend für so ein Bored Ape ausgegeben haben. Aber ehrlich gesagt, selbst aktuell gibt es eben noch ziemlich viele Leute, die jetzt eben nicht 400.000, aber immer noch 100.000 für so ein Bored Ape ausgeben oder eben um die 10.000 oder 15.000 für so ein Clone-X. Also der Markt ist zwar ziemlich gecrashed, aber zumindest aktuell hat sich das Ganze auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert. Und dann ist eben auch die Frage, wenn es jetzt eben digitale Sneaker gibt, wie eben die von Artefakt und Nike, die kosten ja aktuell 1.300 Dollar, waren eben schon mal deutlich teurer. Und dann ist eben die Frage, naja, 1.300 Dollar für den digitalen Sneaker von Nike versus 8 Dollar für die Balenciaga Skin, meinetwegen auf dem Meta Digital Fashion Marketplace. Ja, auf der einen Seite ist es Äpfel mit Birn vergleichen, weil die einen sind NFTs, die anderen sind keine NFTs. Die einen sind super limitiert, die anderen dann eben nicht. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt wirklich darum geht, einfach nur coole Sachen zu tragen und meinetwegen auch so ein bisschen zu flexen oder Markenklamotten zu tragen, dann stellt sich ja schon die prächtigte Frage, naja, ist dann das 10 Dollar Balenciaga Outfit nicht gut genug, warum brauche ich jetzt eben den 1.000 Dollar digitalen Sneaker oder sogar wenn es um noch seltenere Sneaker geht, da gibt es ja eben auch die Alien Sneaker oder die Reptile Sneaker oder die Murakami Sneaker, also innerhalb von dieser Clone X und Nike Kollektion, die ja zum Teil dann irgendwie 20, 30 oder sogar 50.000 kosten, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie viele Leute wirklich bereit sind, das eben für digitale Fashion auszugeben. Und dann kann man natürlich sagen, naja gut, es gibt ja auch Leute, die in real life bereit sind, 50.000 Dollar für die teure Rolex auszugeben, klar gibt es natürlich auch, aber es wird eben spannend sein zu sehen, wie sehr sich das 1 zu 1 übertragen lässt und gerade deshalb bin ich eben so ein bisschen überrascht, dass jetzt eben die großen Luxusbrands wie Prada und Balenciaga und zum Teil auch Gucci eben bei den Digital Items eben in Roblox und Fortnite, dass die eben so niedrig angesetzt werden, weil das aus meiner Sicht jetzt eben nicht ganz so viel Spielraum lässt, irgendwann zu sagen, ach übrigens, das sind jetzt NFTs, die kosten jetzt irgendwie 1.000 oder 5.000 Dollar. Also das war unser Thema für heute, Meta launch den Digital Fashion Marketplace mit Launchpartnern wie Prada und Balenciaga, die Items kosten zwischen 2 und 10 Dollar aktuell, folgen damit also dem Modell von Roblox und Fortnite, das Ganze soll dann irgendwann auch für Creator geöffnet werden, also dann haben wir eben den Creator Economy Marketplace, wo aber Meta auch einen 50% Cut von dem Ganzen eben haben möchte, diese Items sind eben noch keine NFTs, die Frage ist eben auch, ob Meta überhaupt NFTs einführen wird. Damals bei seiner Keynote zum Metaverse hat Mark Zuckerberg eben noch viel über NFTs gesprochen, zumindest in diesem Announcement hat er nichts über Virtual Assets und Blockchain gesagt und aktuell haben wir eben wirklich digitale Fashion Items auf dem Markt zwischen 2 Dollar, wie eben jetzt bei Roblox und eben Tausenden von Dollars in NFT Form und es wird eben spannend sein zu sehen, wo sich der Markt dort eben einpendeln wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, falls ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, den YouTube Channel abonniert und wenn ihr eine Company seid, die noch auf der Suche ist nach der richtigen Metaverse und NFT Strategie, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich arbeite in dem Kontext ja mit einigen großen Brands zusammen und es ist einfach super spannend, eben gemeinsam dieses neue Feld des Metaverses eben auch gemeinsam zu explorieren. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.